Wenn du schnibberst, dann schnibber ich nicht. Ich geh schnibbern. Du geh schnibbern? Wir gehen schnibbern. Ich geh mit schnibbern. Ich bin auf der falschen Seite. Ich geh mit dem Schnubberratter auf Schnubberkurs. Kommt sicher gleich der Erste in das Haus Neigrand. Leute, das ist 5 gegen 3. Hallig! Treff einfach mit! Das hätte mein Kill sein sollen. Man, fang ich nicht falsch rum. Ja, wo überhaupt, ja. Keine Ahnung. Ähm, Juli, du hast dich mal umgebracht. Zwei. Wollte ich nur mal so erwähnt haben. Ich bin geflasht. Übelst geflasht. Ja, ich bin schon tot. Oh, ich hab grad ein Moppet-Geräusch gehört. Ey, der gleiche hat mich schon wieder gekillt. Zwei Mal füllt ihr. Ich brauche ne andere Waffe. Ich brauche ne andere Waffe. Äh, äh. Äh, äh. Fuck, da waren wir zwei. Ja, aber mach dich weit. Lol. Ey, da waren wir in den Spiel. Die ganze sind schon die Kills, ey. Mit Snipern komm ich hier nicht weit. Ich kann eben auch nur, ich hab noch gar keinen Kill. Die sind da im Sniperhaus. Was? Pass auf, äh, Jonas, äh. Rechts, 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 rechts. Öl. Let's play. Feindliche Aufklärungsdrohne online. Aufklärungsdrohne online. Aufklärungsdrohne online. Wo sind die? Oh, lol. Wo ist die Aufklärungsdrohne? Wo ist das? Dort. Mit der Sniper Beach. Gut, meine Aufklärungsdrohne lass ich mal noch. Ja, es läuft grad noch eine. Ja, ja, ich weiß. Wuh, lol, ich hab nicht mal ein Assist bekommen. Wuh, ich bin dritter. Wuh, ich bin dritter. Ja, ja, ja. Und ich? Let's play, juhu. Let's play, ich hab auch ne Drohne. Er wusste. Und dann. Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet. Bah! Boah, Jan, das erschreckt mich nicht so. Ich hab da auch übergejumped bin. Oh ja, jetzt geht's ab. Wuh, ja, jetzt geht's ab. Oh ja, jetzt geht's ab. Oh ja, jetzt geht's ab. Oh ja, jetzt geht's ab. Ah, oh ja, jetzt geht's ab. Aufklärungsdrohne online! Sehr gut, danke! Kein Problem! Ah man! Kurz vor meiner Konta! Ich war bei 6! Viteite drone start bereit! Wiederhole! Viteite drone start bereit! Arbele de Briden, rachetem anflug! Vorre de Marten of Silforgade! Wiederhole! Vorre de Marten of Silforgade! NEIN! Ich werf mal die Vorräte zu uns im Spawn! Aufklärungsdrohne! Wo darf ich eigentlich keine Knutzen haben? Ich kann dort Drohne, wer will! Nö, ich kann noch einkillen, hab ich meine! Ich bin mit Kondort Drohne! Jonas, Jonas, bewegen, bewegen, bewegen! Alter, ich hab' 4Kills! Ich steig jetzt klein! Die kommen über die A-Brücke! Ich brauche noch eine andere Waffe... Ich brauche noch eine andere Waffe... Werte! Fuck... ... Der Feind blockiert unter Radar! Fuck! Halt euch ja... Feindliche Aufklärung Drohne online! Janus, was ist denn los mit dir? Redator Drohne startbereit! Wiederholen! Oh nein! Ohne zerstört! Der Feind blockiert unter Radar! Juhu! Ich kack grad ab, aber richtig! Ich weiß gar nicht, was von was ich nehmen soll! Wird noch schlecht, fühle ich mich gerade! Ich kenne mal die... Ich kenne mal die... Verwindete Fri-Dator Rakete in Wartflug! Vorräte bereit zur Auslieferung! Wuttern Sie! Er wird raus. Auf kriege ich? Hu- Wuhh... Hä, hast du doch selber getötetet? Feindliche Vorräte! Achtung, Feindliche Vorräte! Feindliche Aufklärung Drohne gesichtet! Na 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 Na, leck mich, ich geh jetzt nicht zu dir Ach ja, der Franzose, immer am campen Du mal die Franzosen Ich bin kein Franzose Der liegt noch Wie? Hier braucht man das gar, Alter Verbündeter Luftschlag kommt Klar, dieser Schluckrück auf einmal Ja, klar Wo war der? Auch da Ich bin ja Da 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 Bani Hopper ist ein schlimmer Nein Ist auch ein Silber Wenn du so extrem Bani hoppfest, dass du dich dann gleich hinlegst und dir aufschließend wieder springst vor allem einmal springen geht ja klar mache ich auch immer nicht so ultra ihr mann Leute was ist los ich will es für 1.800 alle das bleibt er hat 5.800 und wieder von 8800 Koffer aufs dritter Bild blick blick dieses Janis ist... Letzter! Jonas, ist ja langsam witz, oder? Ja! ACR? Oh, 100 Punkte mehr, Alter! Hallo! 100 Punkte mehr, Alter! ACR? Nee! Geh rechnen, du schaffst nur ein bisschen was, oder? Alter! Alter, der pushet immer noch kalt! Ich nur! Du meinst, der bläst kalt! Blasen über Seifenblasen! Ja klar, dann bläst du Seifenblasen! Oder dann bläst du einen Ballon auf, oder? Wie sieht's aus morgen? Morgen? Nein, nix, das ist nur wegen Janis! Ich will aber auch wissen! Morgen ist Spieleabend! Spieleabend! Ja! Was ist Spieleabend? Poker! Poker! Ja, das auch! Wir könnten mal in Let's Play Poker machen! Naja, sicher! Weil irgendwie durchsteckt! Ich muss Patty halt auf jeden! Ähm, ich mach einfach mal die! Oh Gott, irgendjemand snipe schon! Ähm, der fliegt bei mir da rum! Wie viel schluckt der eigentlich? Jaaaa! Oh, ich witzig! Immer wenn ich jemanden kenne, steht da hinten jemand! Ja, wer hat der erste Kill aus unserem Team? Ich will ja nix sagen, aber! Ja, nett als so! Oh, ja, mein Lord! Komm, mein... Uuuuh! Da war einer! Hm, was du willst? Wollte ich mal so erwähnt haben! Hey, cool, der Dark ist bei uns! Tark! Bei uns! Oh, da war ich last! Ich seh schon, dass ich mal eine Runde! Okay! Mann! Da killte ich mir... Ja, da killte ich mir... Ja, da killte ich mir Eiskalber den Klau! Hey, ab! Hallo! Ich war weg! Wir haben die Führung vor! What?! Hä? Alter, heute hab ich grad eben geleckt! Gelegt hab ich! Da kommt gleich einer rein! Durch! Wie auch immer! Von mir aus auch beides! Wir sind in Führung! Haben wir ne Aufklärungsdrohne? Ne, gut! Mach ich mal eine! Aha! Nein! Ich bin so rätig! Eik! Ja! Für den Weg darauf geschragt! Oh! Und wie ist das der Weg? Nein! Also! Es war wohl, dass wir vorliegen? Was ist das? Es war schon! Mann! Was hilft! Das ist ja, jetzt sagen! Verbündeter Luftschlag auf dem Weg! LOL, jetzt schon? Ganz krank, Alter! Oh Gott! Warte mal, hat das gerade nen Selbstbomber abgeworfen? Bei 4! Vielleicht hat er ja Hardliner drin! Die Bombe haste ich bei 7! Echt jetzt? Ja! Bei denen Duster ist Bombe! Ach, leck mich doch! Bei dem richtig dick nur Assists bekommen, Alter! Ich werfe Vorräte daraus! Schöne, warne Assists! Wer, wer will sich holen? Ich nicht! Wo sind die überhaupt denn? In die Krankensterben! Ach da! Toll, die Drohne! Aufklärungsdrohne in Beheinschaft! Wiederhole, Aufklärungsdrohne in Beheinschaft! Cool, da war einer! Achtung! Da geh ich nicht mehr lang! Aufklärungsdrohne gesichtet! Hallo! Hier vorbei, das sieht wie das Saved, Alter! Wo stand der? Wir haben die Führung! Ich habe mir gesagt, pass auf Drohne! Aufklärungsdrohne online! Sind alle bei B! Bei P! Loll! Alles andere gestorben! Ja, das war ich direkt vor deinen Augen! Da unten! Klar! Was, Alter! In front of you! Das äh... Alter, es ist doch nicht feierlich! Die Stillhelden, der bitteschön, während er sich bewegt! Häufige Harrier, im Abflug! Übertreib halt! Ui! Hätt ich diesen geflasht, geh, geh, geh! Uff! Es ist der geflasht! Ja! Wie lang du... so lang wie du brauchst! Es will eben vorsagen wissen! Da unten! Und dann schon laden! Und dann hab ich den klopf! Unendlicher Aufklärung! Nein, unendlich! Da unten! Mach ich den klopf! Ja! Treibt halt noch ein bisschen mehr oder so Leck mich doch an, Zückerli! Leck auf Style, weg! Spass, Snoop! Echt das so? Rerze! Aua! Geil, Alter! HELLO! Er muss das Drexteil, Alter! Ohne Sitz! Oh! Juli Hart! Anfänger! Halt! 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 Da sind wir hier! Wollt ich muss ihn erwähnt haben I'm gonna gotta let it burn, burn, burn! Oh Juli! JACK! Ich hab mich so'n Schrecken ein, Alter! Jonas... Scheiße, die fassen Hose. LOL. Der schluckt ein ganzes Magazin von der Vector ohne Spaß. Klar! Der war da nicht zu sehen. Bum 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 bum. Job! Äh! Macht Spaß! Wie lange der Weg aufschießt? Ja, macht's wirklich! Äh! Komm, lauf, lauf! Oh Gott, der war... Sicher! Ich war da nicht mehr! Wie kann ich denn bitte schön, ich bin da nicht mehr drin? Und das sind seit drei Jahren! Achtung! Feindliche Vorräte! Vorräte, wer schmeiß ich, wenn du hier wirst. Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet! Neeein! Das zieh ich aber nicht ein! I've got C.I. Oh geil! Oh geil! Der hab ich am Arsch! Ach, PMP! Ich hab mich grad immer schrocken! Nee, auf einmal nix mehr! Feindliche Vorräte! Da kommt einer! Hey, Dark! Hey, Juli! Hi! Achtung! Feindliche Vorräte! Ich hab keine Muni! Ich hab keine Muni! Warte, wer hat das EMP gemacht? I don't know! Uah! Aber die Gegner, das, wenn... LOL! Bei den Gegner funktioniert alles! Ja, das ist klar! Nicht nur bei uns! Das ist doch kacke! Und das ist MW2! Aufklärungsdrohne online! Oh Gott! Erschreckt mich nicht so, Alter! Wir sind blind! Aufklärungsdrohne online! Die Zeit wird knapp! Ah! Oh, weh! Woho! Vorräte sind unterwegs! Hab ich nen Dreckscamper bekommen, Alter! Nein! Aufklärungsdrohne online! D-Zine! Was soll? Ich bin auf's killen! Oh, doch nicht! Hahaha! Huuu, I'm a love Love-Kill Boah, lalalalalala und ich war besser wie... Yeah! Yes, please!